Hallo und herzlich willkommen bei Das ist der Tagesrückblick von FOCUS Online. Und heute haben wir diese Themen für Sie zusammengefasst. Das ist der Sachverständigenausschuss zur Evaluation des Infektionsschutzgesetzes. Hinter dem sperrigen Namen stecken 19 Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, die in den letzten Monaten die Corona-Maßnahmen in Deutschland evaluiert haben. Am Freitag haben sie ihren Bericht vorgelegt. Die wichtigste Aussage, einige Schutzmaßnahmen können auch weiter gegen das Coronavirus hilfreich sein. So etwa Masken, wenn sie dann richtig getragen werden. Eine Maskenpflicht sollte auf Innenräume und Orte mit einem höheren Infektionsrisiko beschränkt bleiben, so das Gremium. Auch Zugangsbeschränkungen für Getestete halten die Experten weiterhin für sinnvoll. Lockdowns und Schulschließungen bewerten die Wissenschaftler eher kritisch. Das ist André Melnyk. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland steht wegen seinen Aussagen über den frühere Nationalistenführer Stepan Bandera in der Kritik. Melnyk hatte Bandera in einem Talk mit dem Journalisten Thilo Jung verteidigt und gesagt, Zitat, Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen. Das ukrainische Außenministerium distanziert sich und sah sich zu einer Stellungnahme genötigt. Das ist Jule Niemeyer. Die deutsche Tennisspielerin steht im Achtelfinale von Wimbledon. Die 22-Jährige setzt sich gegen die Ukrainerin Lecia Surenko in drei Sätzen durch. Zuvor hatte sie schon überraschend gegen die Weltranglisten dritte Annette Konterfeit aus Estland gewonnen. Bei ihrem Wimbledon-Debüt trifft sie nun auf Kaya Juwan aus Slowenien oder die Britin Heather Watson. Neben Niemeyer erreichte auch Tatjana Maria das Achtelfinale. Das ist ein Neubau im Entstehen auf einem Baugrundstück. Wer ein Grundstück oder Immobilien besitzt, muss Grundsteuer bezahlen. Diese muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes neu berechnet werden. Millionen Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer haben deshalb vom 1. Juli an bis spätestens Ende Oktober eine Art zweite Steuererklärung abzugeben. Bei Wohnungseigentümern geht es in der Regel um einige hundert Euro im Jahr, bei Eigentümern größerer Mietshäuser auch um vierstellige Beträge. Wie viel am Ende fällig wird, erfahren die Eigentümer wahrscheinlich erst 2025. Das ist unser Verbrauchertipp des Tages. Heute geht es um Roaming in der EU. Denn seit heute haben Verbraucher mehr Rechte. Was sich genau ändert und wo die neuen Regeln gelten, lesen Sie unten im Text.